Ich will dir mal was zeigen. Diesen Rembrandt hier. Menschen aus aller Welt kommen her, um ihn zu sehen. Ja, er ist gut, ja. Ist eine Fälschung. Komm schon, das ist absolut unmöglich. Die Leute glauben das, was sie glauben wollen. Denn der Kerl, der das gemalt hat, war so gut, dass es echt scheint. Und zwar für alle. Wer ist jetzt der Meister? Der Maler oder der Fälscher? Der Maler oder der Fälscher? Trinken wir auf eine neue Ära. Du hast doch auch schon in der Telefonzelle fremdes Geld eingesteckt. Jeder klaut. Ich hab nur dickere Eier als du. Good times, bad times, you know I've had my share.